Wie du am besten dein GTA Online Business Imperium aufbaust. Du solltest als allererstes 2,2 Millionen Dollar ergrinden. Wie das am besten geht, habe ich dir ja schon bereits in einem anderen Video gezeigt. Dann kaufst du dir die Kursatka für 2,2 Millionen. Und spielst dann den Karyopedico Heist, die beste Geldmachmethode im Spiel. Dann solltest du dir eine Agentur zulegen, um den VIP Auftrag mit Dr. Dre und viele andere Geldmachmethoden freizuschalten. Anschließend empfehle ich dir das LSD Labor, den Nachtclub und den Bunker zu kaufen. Die drei besten Passivunternehmen in meinen Augen. Und wenn du schon so weit gekommen bist, dann kannst du eigentlich auch noch Unternehmen wie den Fahrzeughandel, den Hangar, die CEO Kisten oder auch die MC Unternehmen holen. Um dein Imperium zu perfektionieren. Das ging dir hier jetzt zu schnell? Einen ausführlichen Guide genau dazu habe ich bereits auf YouTube hochgeladen. Den Link zum Video findest du in den Kommentaren. Dort zeige ich dir...